Ich freue mich sehr, dass die Mitdiskutanten des heutigen Tages sich Zeit nehmen und der Einladung gefolgt sind. Vielen Dank dafür. Nichts verleiht Salzburg ein solches Maß an Identität wie Festspiele, wie Kultur, wie das Kulturelle. Ich glaube, eine Mission Salzburg müsste aus drei Bereichen stehen, einer Erkenntnis, einer Botschaft und einem Auftrag. Ich habe wirklich sehr viel Respekt davor, was diese Festspiele in der Vergangenheit geleistet haben und sehr wohl, was die jetzt und in Zukunft leisten werden können. Bei uns hat alles Platz, was höchste Qualität hat. Dass, wenn die Qualität stimmt, wir noch eine Stadt haben, die mitspielt. Auch Salzburger Festspiele, auch eine Wiener Staatsoper. Wir sollten stolz darauf sein, dass wir Elitäres leisten. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf die Kunst Einfluss zu nehmen. Das ist auch eine ganz klare Philosophie, die wir haben. Die Kunst ist Sache der Künstler. Danke. Meine Damen und Herren, vielen Dank an den Regionen die Aufgabe, das auch helfen. Vielen Dank an familiar Wake mit euch. Danke. Vielen Dank. olph- naja 2022 것이 Vielen Dank.